Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, ich dachte mir, es wäre immer wieder an der Zeit, ein neues Video rauszubringen. Vor allem, da ich jetzt etwas mehr Zeit habe aufgrund des Schulausfallens, dachte ich mir, es passt ganz gut. Und zwar soll es heute um die Atta 6. gehen. Da gibt es auch vieles Neues zu berichten. Beziehungsweise ist das das erste Update. Und da will ich mich auch nochmal bei My Ends bedanken. Und zwar hatte ich die dort bestellt. Und die erste Lieferung ist quasi komplett tot angekommen, weil die einfach vertrocknet sind. Das war viel zu heiß dann im Paket, wahrscheinlich wegen den Heatpacks. Und das war dann auch relativ unkompliziert. Nach ein paar Mails austauschen haben die dann auch direkt einen Ersatz geschickt. Vielen Dank, deswegen nochmal. Ja, ihr könnt die jetzt hier im Hintergrund sehen. Die haben sich auch schon ganz gut entwickelt bei mir. Und das ist meine erste Blattschneiderart. Die ist auch wirklich sehr aktiv. Also man hat da immer was zu beobachten. Und wie ihr hier im Hintergrund schon sehen könnt, tragen die gerade Haferflocken. Das war das erste Mal, als ich die das angeboten habe, Haferflocken. Da würde ich aber euch auch direkt empfehlen, nicht so viele Haferflocken reinzugeben. Weil die lassen die meistens vorm Pilz dann einfach liegen, arbeiten die dann gar nicht ein. Da darf man die dann nachher wegräumen, weil die anfangen zu schimmeln. Und ja, sonst fütter ich die immer mit Brombeerblättern. Und das haben die bisher bei mir auch immer sehr gut angenommen. Frische wie auch junge Brombeerblätter, also welche die etwas älter sind, welche die noch sehr frisch sind, also grün. Wir haben sie bisher auch haltungstechnisch wenig Probleme bereitet. Also die entwickeln sich echt sehr gut. Und ich kann jetzt auch gar nicht wirklich sagen, ob die, also für Einsteiger sind die schon mal garantiert nicht geeignet. Und weil man da keine Erfahrung für hat. Aber ich finde, wenn man schon etwas Erfahrung hat, dann funktioniert das eigentlich schon ganz gut. Dann kann man die schon halten. Also wenn man schon ein paar Jahre die gehalten hat. Und wichtig ist auch, verschiedene Armeisen gehalten zu haben, um verschiedene Fehler halt auch herauszufinden. Und sonst sind die eigentlich recht einfach zu halten. Und ich kann jetzt gar nicht richtig sagen, wie die Einzelstufen sind. Weil, also manche sagen ja auch, dass die eher schwierig zu halten sind. Manche sagen, die komplett einfach zu halten. Da muss ich, glaube ich, noch ein bisschen mehr Erfahrung haben. Aber bisher klappt das eigentlich echt sehr gut. Die haben auch kein Interesse, sich irgendwie in Wasser zu ertränken. Oder die versuchen auch nicht auszubrechen oder sowas. Und ja, hier im Hintergrund könnt ihr auch die Königin sehen. Die dort ein bisschen auf einem Pilz drauf sitzt und sich ein bisschen bewegt. Und ja, da war ich auch wirklich sehr überrascht, wie groß die ist. Die ist ja 29 Millimeter bis 30 Millimeter groß. Und soweit ich das noch in Erinnerung habe. Und ja, die sitzt meistens dort oben, wo sie eben auch gesessen hat. Jetzt habe ich die ein bisschen verstreckt. Deswegen ist die weggegangen. Und sonst war die auch schon mal im Pilz und an der Seite vom Pilz. Also die geht immer dahin, wo es dir am besten gefällt. Beziehungsweise wird die auch manchmal ein bisschen weggezerrt für eine Arbeiterin, wenn die da neuen Pilz anbauen wollen. Ich habe die auch nicht speziell nochmal abgedeckt. Das heißt, bei denen fällt immer Tageslicht ein. Aber ich habe jetzt keine Lampe an, außer jetzt gerade, um dieses Video da aufzunehmen. Aber dann auch keine starke. Die stehen eher so in der Ecke. Also so viele, ich kriege die nicht ab, aber schon ein bisschen. Und da haben die sich eigentlich auch ganz gut dran gewöhnt. Also ich erkenne jetzt nicht irgendwie, was sie jetzt besonders versuchen, irgendwie die Ränder des Formikarons zuzubauen. Hier kann man auch schon erkennen, dass das Abfallbecken, welches die nicht wirklich angenommen haben, weil sie haben das zugebaut mit einer Heizmatte drunter. Und hier das mittlere Becken mit dem Pilz. Und dann das Futterbecken mit den Blättern. Beim Pilzbecken ist da auch noch ein bisschen Feuchtigkeit. Da muss ich noch so eine Belüftung reinmachen, damit die etwas weg geht. Und ja, die Temperatur ist meistens so um die 23 bis 24 Grad. Ich versuche immer, Temperaturschwankungen zu vermeiden, weil das den Pilz auch nicht so gut bekommt, wenn die Temperaturen immer schwanken. Und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 85 bis 90 Prozent. Ungefähr je nachdem, wie viele Blätter die reintragen. Macht die hier übrigens auch gerade. Und am Anfang haben die da gar nicht wirklich durchgepasst durch den Schlauch, weil die den auch ziemlich durch den Feuil gebaut haben. Wir mussten den erstmal etwas frei machen, damit die die Blätter durchtragen können. Ja, das war es dann eigentlich auch schon wieder mit dem Video. Ich denke, es wird demnächst auch nochmal ein Update-Video kommen, aber erst wieder in ein paar Wochen, bis wieder was passiert ist. Und sonst vielleicht nochmal was zu den anderen Kolonien. Muss ich mal schauen, wie ich das mache. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß in der Ameisenhaltung. Bleibt gesund und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.